So Leute, ähm, sind wir wieder hier beim Spaß-Raketensilo mit Kaiser Katana. Hier, wat'n Scheiß, alter. Yo, da geht die Party ab hier. Wollt ihr doch direkt mal die Goldkarte ein bisschen ausnutzen? Ja, nein, da versaut's mir. Ja, ist egal. Die Goldkarte zählt nämlich, glaube ich, wenn ich mich richtig in Erinnerung habe, nicht für die No-Treffer-Punkte, sondern nur für die normalen Killing-Points. Okay. Nexos Gignos. Weiter geht's. Data Control Room. I found a Dino-File. The Gigantosaurus. Das ist noch nicht der T-Rex. Das ist noch ein Tickel über dem T-Rex. Also T-Rex ist nicht die hätteste Nummer. Wir haben die Third Energy Disc. Jetzt wird's assi uncool. Sissi, sehr uncool. Musik ist aus, immer nicht cool. Da ist die T-Rex. Ah, jetzt kommt mein Freund, Alter. Die Gigantor. Ah, noch ein bisschen mehr als die T-Rex. Wir retten uns natürlich jetzt aus diesem Spektakel, Gott sei Dank, raus. Zack. Heiß, kallend ist der. Ja. Das kommt aus dem Nix, gell? Jetzt wird's uncool. Assi, uncool, Leute. Wir haben 10 Minuten jetzt, um hier Party abzumachen. Das ist nicht gut. Wo ist das Kontrollpanel für das Missile? Es ist in der Rehabilit. Ich gehe in und schaue den Kontrollen. Du gehst in und evakuieren. Okay. Und be careful. Ha, ich darf wieder die Scheiße machen, war ja klar. Missile C-Lo. Oh, inside. Inside and outside. Hallo, Giganto. Das ist assi uncool. Assi uncool. Oha. Okay. Main weapon die hier, sub weapon die da. Wow, das ist assi uncooles Scheißvieh, Alter. Yo. Come. Oh oh. Oh oh. Man kann ihn mit dem Raketenwerfer machen, ist aber nicht zu empfehlen, weil du extremst viel Money dafür brauchst. Und so burns ihm definitiv ein bisschen was von seinen Nasenhaaren weg. Oh oh. Das wird eng. Ja, du Arschgeiger, aber hauptsächlich nochmal getroffen. Oh, Medium. Es brennt da die Sau. Boah, Zeit geht runter, gar kein Bock da drauf. Hallo? Wir müssen den ein paar mal machen. Kriegen halt sau viele Punkte jetzt dafür. Steh auf! Oh oh. Nein! Du Ratte! Alter! Nur weil er mich jetzt angebrüllt hat. 3.000 Punkte dafür, dass ihm sein Gesicht brennt. So muss das sein. So, wir können jetzt weiter zum Silo. äh, äh, zur Rakete. So Jetzt geht der Spaß erst richtig los Gut, ist egal, brauchen wir nicht So ein Medium-Teil lang, definitiv Jetzt kommt der größte Scheiß, Alter Kennt ihr noch? Okay, oh das wird eng, eng, ey, oi, oi Mama Komm, werd blau, Alter Blau Blau werden Komm schon Jawohl Schafft, Alter Saubehindert Bara geht's Bara geht's Schafft Krass Noch liegt er Doch der lässt nicht mit sich spaßen, der Junge hier Gucken wir, ah, Alter Das ist ein Brummer Der natürlich nichts anderes im Schilde führt, außer uns Oh Ja, das ist natürlich schlecht jetzt Aber sie kann natürlich ausweichen Mit einem gekonnten Sprung durch die Glasscheibe Und ihr passiert nix Fertisch, tausend Punkte, aber cool Das ist schlecht Aber hier mach ich jetzt mal direkt nen Schnitt Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal